Moin, ich bin Katrin und ich bin heute In-Met mit Shahak Shapira, weil du beim Sommers-Tail-Festival auftrittst. Und da wollten wir vorher mal ein bisschen miteinander reden. Ja, du stehst, wie wir schon festgestellt haben, wie viele andere, mit denen ich schon ein Interview gemacht habe, auch hier unter und viele... Und viele mehr. Und viele mehr. Ja, das bin ich. Was machst du beim Sommers-Tail? Fuck, ich weiß es nicht. Also ich mache Comedy, schätze ich mal, was sehr komisch ist. Comedy auf einem Festival. Ja, aber bei einem Sommers-Tail-Festival. Aber wo Poultry-Slam gemacht wird, wird Comedy gebraucht, glaube ich. Ja. Und ich lege auf dann später. Was legst du auf? Musik. Tech House, Deep House, House. Warst du schon mal beim Sommers-Tail? Nee. Nee? Nee. Gar nicht. Gehst du sonst so auf Festivals oder? Nicht wirklich. Nee, meine Festival-Phase war sehr kurz. Okay. Ich war auf einem Festival, glaube ich. Ja. Ja. Ich war auf einem. Ich war auf Sonnen, Mond und Sterne, glaube ich. Das ist auch so ein Elektro, oder? Ja. Für Ossis. Das Elektro war für Ossis. Nein, es war gut. Chemical Brothers haben gespielt. Okay. Doch, ich war auch auf dem Dogville. Stimmt, das war gut. Weil du warst ja auch in Hamburg. Ja, ich habe in Hamburg gelebt. Da war ich auf dem Dogville. Es war nett. Es war nett. Es waren gute, tolle Musiker dabei. James Blake war dabei. War viel zu groß für James Blake, leider. Trotzdem gut. Purity Ring. Materia, also Masimoto. Das war ein gutes Festival. Bleibst du beim Summer's Tale oder machst du nur den Tag, den du da bist? Wobei, wenn du nachts auflegst, wirst du ja auf alle Fälle irgendwo in der Nähe schlafen. Ja. Ich werde in einem Hotel schlafen. In Lüneburg. Wie man das so macht, wenn man auf Festivals geht. Ja, ne? Und schläft in einem... Ich mache das tatsächlich so, weil ich bin ja keine... Wobei, auf dem Summer's Tale gibt es ja lustiges Komfortzelten und so Geschichten. Das ist so ein Scheiß. Dieser Scheiß muss aufhören. Entweder man geht auf ein fucking Festival oder man macht es nicht. Du kannst nicht diese... Ich sehe das, die Bilder im Internet. Fucking Coachella-Zelte mit so einem... Ich finde das super. Nein, die sind aus Metall mittlerweile. Aber die haben... Das ist nicht... Nein. Was ist das für... Wozu zelten dann noch? Wenn dein fucking Zelten WiFi-Hotspot hat, dann geh sterben. Dann geh nicht zelten. Du musst ja nicht zelten gehen. Das ist ja ein Unterschied. Das ist ja ein Unterschied, ob ich ein vernünftiges Bett habe, in dem ich schlafen kann, oder ob ich Schleife habe. Schlafen auf dem Boden. Auf Steinen. Mach dir ein Kissen auf Steinen. Das ist zelten. Ja gut, deswegen mache ich das ja nicht. Aber deswegen versuch... Ja. Nö, ich finde das... Also, ja. Dann würde ich eventuell tatsächlich auch mal zelten. Ich glaube, es wird langsam übertrieben. Mit dem Komfort. Ja, aber ich glaube, es gibt... Aber das Problem ist ja, dass auch Menschen wie ich, die halt keinen Bock auf Zelten, gerne auf Festivals gehen. Und dann ist es ja ein ganz netter Kompromiss, weil dann muss ich mir kein teures Hotelzimmer, bei dem ich nachts noch 20 Minuten durch die Gegend fahren muss, suchen. Ich glaube, diese Zelte sind ganz schön teuer. Aber ja? Hotelzimmer ist auch, ja. Okay, aber du findest, dass das eine Quatsch-Idee ist. Finde ich spannend. Habe ich noch nicht gehört. Wohnwagen. Wohnwagen kann man machen. Das ist doch... Das ist auch ein vernünftiges Bett. Da hast du recht. Ja. Ja. Gut, aber ich meine, da können sich ja die Leute entscheiden, wie sich das leisten wollen oder nicht, ob sie das machen. Also, lass uns doch mal hier über so Bettsachen reden. Was hast du denn letzte Nacht so getrieben? Geschlafen. Und davor? Bis zum Abend so? Davor nicht geschlafen. Warte. Davor, fuck, ich war wieder im Fitnessstudio seit langer Zeit. Ich musste. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Wie, bist du regelmäßig oder nicht? Nein. Nein. Okay, auch nicht. Du hast ja gerade gesagt. Nein, ich habe jetzt... Aber ich muss jetzt regelmäßig gehen, sonst wird das hier noch schlimmer. Ja, ich habe ja, wir haben witzigerweise eben noch kurz auf der Wikipedia nachgeguckt, weil wir uns nicht sicher waren, wie alt du bist und haben festgestellt, du hast ja gerade diesen, ab dem Mal, ab jetzt geht's bergab, ne? Ja. Ja. Ja, jetzt. Naja, es ging schon ein bisschen... Also, jetzt schon von Gegenarbeiten zumindest. Es ging ein bisschen vorher schon bergab, also von daher. Aber Gegenarbeiten, also ich, ja. Es ist hart, ich bin ja jetzt 30 geworden. Es ist... Also, herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens. Vor vier Tagen. Ja, danke. Vor fünf Tagen, sechs Tagen. Ich hasse mich. Ja. Du hasst dich. Es... Ich gehe jetzt nicht mehr... Weißt du, ich war mal im Fitnessstudio, das war irgendwie ein Hobby, es gab mal eine Zeit, wo es für mich ein Hobby war. Das ist nicht mehr, das ist Pflicht. Andererseits gehe ich jetzt einfach so zum Arzt. Einfach so, das machst du, wenn du 30 ab 30, du gehst einfach so zum Arzt, du musst nicht krank sein, das ist dein Hobby dann. Du gehst einfach zum Arzt. Ich dachte, das fängt mit 70 an. Nein, du gehst zum Arzt ab 30 und lässt dich überraschen. Okay. Was wird es heute? Was wird es heute? Knie, Nieren, Alzheimer. Ja. Es kann alles werden. Es ist, weil irgendwas, irgendeine Scheiße wird sein. Ab 30 wird... Ich gehe hin, lass mich hin, nimm mein Blut, schau, was du findest. Irgendeine Scheiße wird drin sein. Ja. Es ist weh. Ich glaube, ab 30 ist dein Blut wie so ein Überraschungsei. Oh, Krebs. Ja. Also, ich freue mich sehr, drastisch zu sein. Und ich war ins Fitnessstudio, ich habe es gehasst. Machst du Kurse oder machst du nur so? Nein. Das ist so abfällig. Ach, Kurse. Ich bin, das ist so ironisch, weil ich bin mit dem, ich fahre mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio, um da einfach nochmal Fahrrad zu fahren. Aber das ist eine, ist einfach zu leben und das andere ist Training. Wahnsinn, und das andere nicht. Und da sitze ich da auf dem Fahrrad, bis ich zu viel Hunger kriege und dann geh ich zu fucking Burger King. Gehst du? Nein. Ich wollte gerade sagen. Das wäre ja noch dämlicher. Na gut, aber ja. Das wäre fast traurig. Du verbrennst alles in Kategorien. Das ist ungefähr genauso traurig, wie die Leute, die aus dem Fitnessstudio kommen und sich erstmal eine Klima anstecken. Das ist dumm. Ja. Das ist dumm, das ist ein bisschen dümmer, weil die haben nicht viel vom Rauchen. Ich habe was von Burger King. Ja, aber das erklären mal Rauchern, dass sie nichts vom Rauchen haben. Das wollen sie irgendwie nicht verstehen. Ich habe es mehrmals versucht. Die sagen, nee, ich finde Rauchen geil. Okay, also das heißt, wir haben schon mal, du rauchst. Okay, ja. Du rauchst. Nee, ich bin der Anti-Raucher. Ich verstehe, das ist eine Sucht. Aber ich verstehe diese Sucht nicht, weißt du. Ich verstehe Alkoholismus. Das verstehe ich, weil du trinkst, du bist besoffen. Du kannst Menschen für ein paar Stunden ertragen. Ja. Dafür lohnt es sich. Heroin. Okay, du nimmst es. Du kannst Menschen für zwei Tage ertragen. Lohnt es sich? Ich sehe schon. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, aber es gibt einen Benefit. Du kriegst etwas zurück. Rauchen. Du machst einfach nur so. Das ist das, was du davon kriegst. Das und Lungenkrebs. Ja. Weißt du, ich finde, wenn schon Lungenkrebs, dann muss man vorher ein bisschen Spaß haben. Und nicht nur für... Ja, ich sehe das ganz genauso. Aber da gibt es ja genug Leute, die das... So, komm, wir machen hier wieder... Was ich sagen möchte, es nehmt Heroin an Stazura. Ganz klare Schlussfolgerung. Das ist meine Botschaft an euch. Ja. Dann geht es auch wenigstens schneller zu Ende. Also dann zieht sich das Leib nicht so in die Länge im Zweifelsfall. Ich finde, Menschen, die Heroin nehmen, sind weniger nervig als Raucher. Wow. Das ist so ein Statement. Das ist so ein Statement. Das kann man mal so in die Welt schmeißen. Das kann man in die Welt schmeißen und sehen, was passiert. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, im Zweifelsfall lieber doch einfach kein Heroin nehmen. Das muss ich jetzt einmal zumindest gesagt haben. Oder nehmen. Weil ich ja Drogen prinzipiell scheiße finde. Ja, oder nicht. Oder nicht. Genau. Ich finde Drogen auch nicht schön. Ich nehme auch keine Drogen. Aber ich finde, nee, gar keine. Aber ich finde, naja, ich trinke. Und man tut immer so, als wäre Alkohol bei Weiden nicht so schlimm wie... Zumbug. Es ist Quatsch. Es ist ein Riesen-Unsinn. Alkohol ist bei Weiden gefährlicher als viele Drogen. Heroin weiß ich nicht. Heroin macht sehr schnell süchtig. Ja, Heroin ist nicht gut. Aber Kiffen ist... Kiffen ist weniger schlimm als sauf. Kiffen ist harmlos. Ja. Also, nächstes Trotz kann Kiffen auch scheiße sein. Also, da darf man sich nichts vormachen. Auch da kann man gute Sozialstörungen von bekommen. Ja. Aber wir sind eh alle scheiße. Also, von daher... Ist es schon egal mit was? Ja. Ja, ich bin dann eher für die Variante Yoga statt Kiffen. Aber gut, das... Ja, Yoga. Yoga. Hast du schon mal Yoga gemacht? Nein. Ja, sehe ich schon. Ja, komm, darüber reden wir in zehn Jahren nochmal. Nein. Doch. Ähm... Yoga, nee. Sag mal, was haben wir denn jetzt... So, wir müssen jetzt hier mal... Jetzt haben wir schon so viel gesehen. Alle machen Yoga. Yoga ist mir zu Mainstream. Ja, aber es hat ja... Ja. Ich bin... Weißt du was? Ich weiß ganz genau, was ich... Ich mache diese Dinge immer schlecht. So unverantwortlich. Oh, nur eine Ahnung zu haben. Und dann gehe ich hin. Und dann denke ich mir... Oh, geil. Ja. Geil, Yoga. Oh mein Gott. Fuck, Yoga ist so gut. Mache ich direkt nach meinem Spinning-Glas. Ich weiß, dass sowas passieren wird. Guck mal, ich stelle dir mal die Frage, die Menschen, die dich kennen, ausgesucht haben. Weil da bin ich gespannt, warum wer die ausgesucht hat. Die Menschen, die mich kennen. Tristan, der kennt mich nicht. Niemand kennt mich. Stell mir die Frage. Das ist jetzt die, von der ich erzählt habe, dass die relativ kompliziert ist. Also. Weil irgendwo muss ja dann wieder das mit dem... Wobei wir haben jetzt so viel... Na, vielleicht... Lass uns die Frage so ankündigen, wie du sie vorhin angekündigt hast. Das ist die Frage. Das sind ihre Worte, die ich gerade... Also ich bin hier... Das ist nicht mein Bett. Nur damit ihr es wisst. Ich bin in Hamburg gerade. Ich bin hier zum Auflegen. Das ist ein Zimmer von meinem Kumpel Tristan. Katrin kam hier rein. Katrin kam hier rein. Und dann hat sie irgendwie mit Tristan gesprochen. Und als ich ankam, hat mir Katrin diese Frage folgendermaßen angekündigt. Sie sagte, Tristan hat eine Frage ausgesucht, die ich nächste Woche bei einem Lesbenfest stellen werde. Und die werde ich dir jetzt stellen. Und das hat mehrere Fragen bei mir aufgeworfen. Jetzt bin ich gespannt, was das für eine Frage ist. Jetzt bist du gespannt auf die Frage. Und die ist halt so kompliziert formuliert, weil wir ja in alle unsere Fragen versuchen, irgendwas mit Schlafen, Nachtträumen sonst reinzubekommen. Und die müssen auch für ein Lesbenfest angemessen sein, die Fragen, ne? Nee, aber das hat jetzt tatsächlich irgendwie... Weil wenn man schon auf einer queeren Veranstaltung ist, dann möchte man ja zumindest irgendwas mit Queerpolitik vielleicht auch mal in so eine Frage bekommen. Und das war schwierig. Deswegen lautet die Frage ganz kompliziert. Was möchtest du Leuten erzählen, die denken, sie haben das Recht, darüber zu urteilen, mit wem du dein Bett teilst? Verstehe, warum du das in einem Lesbenfest... Ne? Ich weiß wie immer noch nicht, ob Lesbenfest die politisch korrekte Bezeichnung ist. Lesbenfestival heißt das ganz offiziell. Ach so, okay. Das ist ein Lesbenfestival. Was ist auch das Problem mit dem Wort Lesbenfestival? Lesben ist ein tolles Wort. So, jetzt aber zurück zu der Frage. Die Frage ist... Also im Endeffekt lautet die Frage natürlich jetzt im Kontext des Elbeachfestivals. Was möchtest du Leuten erzählen, die Homosexualität oder Queerness doof finden? Oder halt aus irgendwelchen anderen Gründen denken, dass es sie irgendwas angeht, mit wem du gerne dein Bett teilst? Ja, nichts am besten. Was? Okay. Fickt euch. Ich weiß es nicht, was man da Konstruktives sagen sollte. Weil das ist ja so eine Frage, worauf man jetzt eine konstruktive Antwort erwarten würde, oder? Aber es gibt jetzt keine... Also das ist an sich schon so dumm. Ja, also meiner Meinung nach ist ja das Schlaueste, wenn man oft darauf Lust hat, aber das ist ja genauso, wie man hat man Lust auf Nazi-Diskussionen nachzufragen, warum sie denn ein Problem damit haben. Aber ich glaube, das Problem, du wirst wenige Menschen finden, die das sagen. Also auch viele homophobe Menschen werden nicht sagen, die werden sowas sagen, was ihr im Bett macht, das ist mir scheitegal. Aber wenn ihr auf der Straße seid, ein Händchen haltet und heiraten wollt. Es gibt schon noch Leute, die ja sagen, dass du doch bitte irgendwie zurück nach was weiß ich, wohin gehst, wenn du mit Männern schlafen willst. Ich glaube, das wird immer weniger. Ich glaube, Homophobie heute ist eher so draußen, wenn es darum geht, homosexuelle Menschen in unser alltägliches Leben einzubinden und ihnen die gleichen Rechte zu gewähren. Ich glaube, es gibt noch genug richtig feste, böse Homophobie, die dich eigentlich lieber zusammenschlagen wollen. Ich sage nicht, dass sie dich nicht zusammenschlagen wollen. Ich sage etwas anderes. Ich sage, die werden nicht so kommen. Es geht eher darum, wie sie in der Öffentlichkeit behandelt werden. Und ich glaube, damit haben die meisten Menschen Probleme oder sind nicht am Puls der Zeit, was das angeht. Ja. Ja. Dass diejenigen genauso homophob sind, das wage ich nicht zu bezweifeln. Ja, okay. Aber das ist immer... Dann haben wir uns da nur... Ja, okay. Es ist auch... Es ist diese Formulierung, die hörst du auch oft bei anderen. Es ist wie diese Leute, die sagen, scheißegal, welche Religion. Aber die Muslime! Haben wir nicht so eine... Das ist immer... Ich liebe alle Menschen. Ich sehe keine Farben. Alles was mit Aber an dem. Ich sehe keine Farben, aber schwarz ist keine Farbe. Ja. So ein Scheiß. Ja. Das ist so... Komm, die Leute. Wir müssen... Es ist scheißegal, welche Religion. Aber hier ist Schweinefleisch. Ihr müsst alles Schweinefleisch essen. Habe ich letztens tatsächlich in der Sportumkleide, da wären wir wieder beim Fitnessstudio, so eine Unterhaltung gehört nach dem Motto, ja, ja, und diese Flüchtlinge und dann kommen die hierher und dann gibt es da Willkommensessen und dann essen die das... Wollen die das Schweinefleisch nicht essen? Ich dachte so, ja, und... Das ist doch voll geil. Das ist voll geil, wenn Menschen kein Schweinefleisch essen, wenn Menschen keine Kinder kriegen. Ich finde das super. Sollen sie machen, was sie... Das ist... Das ist... Seit wann haben wir angefangen, Menschen dafür zu sau zu machen, dass sie kein Fleisch konsumieren oder dass sie keine Kinder kriegen, dass sie zu wenig, zu wenig Umweltverschmutzung betreiben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wann es so verpönt geworden ist, Pflanzen zu essen, statt ein Stück Rind, wo du das ganze Wasseraufkommen der Welt dafür verschwendest, um es zu machen. Ich esse auch Fleisch, so ist es nicht. Und ich bin auch nicht, aber ich verstehe diese Menschen nicht, die es darauf anlegen, dass alle anderen auch Fleisch essen. Das war mir nie wichtig. Ich stelle dir jetzt eine letzte Frage. Welches Monster schläft unter deinem Bett? Naja, alle Antworten, die ich jetzt habe, sind echt nicht angebracht. Du, dass das, was dir als allererstes in den Kopf geschossen ist... Ich lasse keinen Monster runter im Bett schlafen. Das ist unhöflich. Du lädst die ein. Ich lade sie ein, entweder mit mir im Bett zu schlafen. Je nachdem, je nachdem, wie groß ihr Herz ist. Oder sie schlafen auf der Couch. Das ist nicht fair. Solange sie Miete zahlen. Und was die im Bett machen, das ist mir egal. Das ist mir egal. Die sollen Schweinefleisch essen, meine Monster. Das ist mir wichtig. Die sollen Schweinefleisch essen? Die sollen Schweinefleisch essen. Achso, ja, sonst könnte ja irgendein religiöser Hintergrund dahinter stecken. Die müssen Schweinefleisch essen. Schweinefleisch und Kinderfleisch. So wie Monster es halt tun. Und Hunde. So wie es in der Bibel steht, Monster essen Kinder. Das war immer so. Und ich habe keinen Bock auf diesen progressiven, liberalen Scheiß, dass es Monster gibt, die halt unter dem Bett schlafen, aber keine Kinder essen. Nee. Ein Monster, was bei mir schlafen will, das muss Kinder essen. Ich finde, mit diesem wunderschönen Schlusswort können wir uns von der Welt verabschieden. Mollen wir denen nochmal Tschüss sagen. Tschüss da draußen im Internet. Tschüss da draußen im Internet. From your finger to your heart, swipe right Swipe right, baby, swipe right Cause you're the only one that wrote me back tonight